Eine Achterbahnfahrt der Creature Effects Moin Leute und herzlich willkommen hier bei Laser City Lights Ich bin's mal wieder, euer Matthias Und ja, es ist mal wieder Zeit Ich glaube die Katze hat heute wieder bei AVV-WMM gewildert Ja Was gibt's heute? Heute im Angebot ein absoluter Klassiker Der eine riesengroße Fangemeinde hat Und ich hoffe, wenn ihr zu dieser Fangemeinde gehört Dass ich diesem Film hier euch den passenden Tribut geben kann Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen Spookies Ja, ein Film, der eine lange Geschichte hat Der auch mal zu, ja, eigentlich einem anderen Film gemacht wurde Beziehungsweise aus einem anderen Film quasi mitten und umgeschnitten wurde Aber da gehen wir vielleicht später nochmal drauf ein Aber erstmal, worum geht es in diesem Film eigentlich? Ja, eine Gruppe junger Leute, die teilweise aber auch sehr alt aussehen Was ich auch so von der Mischung her sehr seltsam finde Also quasi so ein Gefühl zum Anzugtyp und so ein junger Rockertyp zum Beispiel zu nennen Und noch ein paar Frauen sind auch noch mit dabei Und noch ein anderer Typ und noch ein anderer Typ Auf jeden Fall der lustige Truppe Sind unterwegs und wollen eigentlich Party machen Fahren mit ihren beiden Autos wild durch die Gegend Der coole Rocker, Rockerbilly-Typ Hat sich aber irgendwie ein bisschen verfahren und weiß nicht, wo er hin soll Bis sie natürlich dann aus Versehen auf ein scheinbar verlassenes Haus auf einem Friedhof stoßen Und dort sich denken, naja, dann machen wir halt dort Party So, lange Rede, kurzer Sinn Das Haus ist natürlich nicht unbewohnt In ihm lebt der Magier Creon Und der möchte seine verstorbene Frau wiedererwecken Und dafür braucht er die Lebensenergie von anderen Menschen Und da beginnt dann der Albtraum der Gruppe, möchte ich es mal so nennen So viel zu dem Thema, worum es in Spookies geht Und ich würde sagen, ach ja, bevor ich es vergesse Wir haben hier ein limitiertes Media Book auf 333 Stück Wir haben hier Cover-Variante A Die anderen Cover-Varianten blende ich euch jetzt mal hier ganz kurz ein Also von daher habt ihr da die Qual der Wahl Und wie immer heißt es, schnell sein Wenn euer Cover weg ist, ist halt weg Weil limitiert und ich glaube, den Film gibt es so auch noch gar nicht auf Blu-ray in Deutschland Also von daher, ja, würde ich sagen Schauen wir uns nochmal hier Cover-Variante A etwas genauer an Ja, und hier sehen wir das Cover A Und wie eigentlich auch schon bei dem, ja, bei dem einleitenden Satz gesagt Habe ich zwar Achterbahn gesagt, aber ich meinte eigentlich Geisterbahn Der Kuriositäten bzw. des Creature Features hier Wir sehen hier schon, also das Cover ist von dem guten Ralf Krause Und wir sehen hier schon eine Menge an, ja, geilen Creatures Die hier in diesem Film vorkommen Einmal so eine Art, ja, wie so ein Ghoulie, möchte ich es mal nennen Ein bisschen so eine Dämonenfrau, wie aus Tanz der Teufel Also dieser Mann hier, das ist der Zauberer Auch sehr abgefahren Die Lady in Weiß Irgendso ein Reaper Auch sehr gruselig Was das hier war, ich glaube, das waren diese Das, das, äh, so ein furzendes Monster Und hier, ähm, das gehört zusammen Das ist ein Spinnending, ne? Also, und hier ist übrigens das Haus Mit dem Friedhof auch sehr genau getroffen Und der Titel Spookies Also wir haben ja so ein quasi, so ein schönes Potpourri Aus allem Möglichen, was in dem Film vorkommt Und ich finde, das passt eigentlich ganz gut zu dem Film Deswegen finde ich das Cover A eigentlich schon ziemlich cool Es gibt noch ein anderes Cover, das sehr ähnlich ist Ich glaube, das war Cover B Ähm, und noch mehr Cover Wie gesagt, die habe ich euch ja schon eingeblendet Und, ja Könnt ihr mal sagen, was ihr von dieser Cover Art haltet Ich stehe auf diese gezeichneten Cover Die finde ich mega stark Gefällt mir immer richtig gut Aber irgendwer, ich habe das mal über irgendeinem Label In den Kommentaren gelesen Die haben rumgeheul gesagt Äh, immer diese gezeichneten Dinger Die sehen total billig aus Mach doch mal lieber VHS-Cover von 80er Jahre So, naja Weiß ich nicht Finde ich eigentlich auch manchmal ganz witzig Manchmal finde ich die aber auch ziemlich schlecht Ähm, also von dahin gehen Mir gefallen diese neu gezeichneten Cover Besser, weil ich finde, das hat halt so ein bisschen mehr Diesen, auch diesen 80s Charme so Ne? Das finde ich, das bringt das alles so ein bisschen Geiler rüber Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, wie ihr das seht Ähm, ja Cover, wie gesagt, sehr stimmig Und auch wirklich nur Spookies hier unten drunter Also nicht viel Text Finde ich ja immer gut Seite, wie immer, bei AVV hier Mit dem, ähm, ja Dem kleinen, äh, Mini-Cover hier unten Und hier, äh, nochmal den Titel auf dem Spine DVD und Blu-Ray Ja, die Inhaltsangabe Hier sehen wir dieses lustige Ghouli-Fiech Äh, hat zwar leider nur eine Szene, aber, ähm, ja Das hat dem Ghouli-Trend sozusagen Dem Ghoultrend da Der damaligen Zeit geschuldet Dass man das so ein bisschen präsenter gemacht hat Ist quasi auf der Gremlins-Welle mitgeschwommen Ne? Also deswegen musste sowas auch mit rein Hier sehen wir noch ein paar Ausschnitt aus dem Film Auch richtig abgefahren Äh, ja Kommen wir zu den Extras Wie gesagt, wir haben hier noch einen Bonus-Film drin Das finde ich schon ziemlich cool Ähm, wie gesagt Schreibt mir gerne mal dazu eure Meinung Gehört das zu den Extras dazu Ist das ein Extra, ähm, oder Gehört das nicht in die Extra-Bewertung rein Sondern das, was auf der Scheibe drauf ist Ähm, möchte ich mal gerne mit euch diskutieren Hatte ich euch schon mal in einem Video gesagt Aber lasst es mich gerne wissen So, und jetzt kommen wir mal dazu Äh, wir haben nämlich auf dieser Scheibe hier Eigentlich auch noch zusätzlich ordentlich viele Extras drauf Wir haben hier ein Making-of Und das ist wirklich, wirklich krass Ähm, das geht wirklich Ich glaube zwei Stunden Ähm, das ist halt nicht nur ein Making-of Das ist ein richtiger Film Neu aus, äh, ja Äh, neumodischeren Zeiten Und das auch zur Blu-ray-Veröffentlichung ging Also nicht nur zur DVD-Veröffentlichung Sondern auch schon zur Blu-ray-Veröffentlichung Also noch gar nicht so alt Die Einleitung Ja, da spricht, ich glaube der Produzent Oder der Regisseur Ich hab's schon wieder vergessen Ähm, der quasi so ein bisschen nochmal einleitet Ähm, weil er ja quasi bei dem Originalfilm mitgemacht hat Der ja quasi aus dem dann hier, ähm, Spookies später geworden ist Und ja, das ist schon mal ganz witzig Alles aber auf Englisch Und, ähm, das ist ganz wichtig Ohne Untertitel Das heißt, wenn ihr kein Untertitel Äh, wenn ihr kein Englisch könnt Ähm, ja, schade Bildergalerie Wie immer Äh, mein absolutes Highlight Wisst ihr ja Fans des Kanals wissen Bescheid Bildergalerie Daumen hoch Ähm, Outtakes und Bloopers Ist eigentlich auch ganz witzig Weil es sind so gesehen keine Outtakes Sondern die haben einfach die ganze Zeit Spaß mit Wäscheklammern Mehr brauche ich dazu nicht sagen Schaut's euch einfach mal an Äh, ja Ziemlich cool Besuch der Drehorte, klar Dann werden nochmal die Drehorte sich angeschaut Trailer Show Gibt's halt nochmal einige Trailer Der gute Mike Blankenburg hat hier wieder Für AVV-WMM das Booklist geschrieben 20 Seiten Das schauen wir uns gleich nochmal an Und wie gesagt Gibt's als Bonus eine DVD Mit einem weiteren Horrorfilm Cover A ist limitiert auf 333 Stück Ich hab hier die Nummer 82 Und ich würde sagen Dann schauen wir mal rein Wie immer als erstes Mach ich die Disc Spookies FSK 18 sogar bekommen Finde ich eigentlich ein bisschen Albern Weil Naja Es geht schon blutig zu Muss man schon so sagen Aber Für heutige Standards Einfach nicht mehr Zeitgemäß Hintergrund ist auch hier So ein bisschen Ja so Ich würde sagen So ein bisschen Wald Stein Ruinen mäßig Hier haben wir Bigfoot Tapes Als DVD drin FSK 16 Hab ich nicht gesehen Aber Ja Hier geht auch dieses Design Hintenrum So ein bisschen weiter Jetzt schauen wir uns mal Das Booklet an Und das ist echt cool gemacht Ich gebe euch mal So eine kleine Übersicht Was ihr euch hierzu Erwarten hat Von dem guten Mike Er hat hier mal so Kleine Einleitung geschrieben Dann sehen wir hier auch So ein paar Bilder Übrigens auch ein Junge Kleiner Spoiler Wird lebendig begraben Das musste nochmal sein Weil ich finde Kinder sterben Eindeutig viel zu selten In den Film Deswegen kann man sowas auch mal Durchaus mal erwähnen Ja Dann Spookies Die Killer Monster Original Die Spookies Alternativ Genau Twisted Souls War nämlich der Film Der eigentlich gedreht wurde Der dann später Umgemodelt wurde Ja Inklusive Material Aus dem nicht fertiggestellten Film Twisted Souls Hier steht es auch nochmal Dann geht der gute Mike Hier so ein bisschen Auf die Den Film selber ein Was hier so alles In dem Film passiert Was da so gemacht wurde Lest euch wie gesagt Erst nach dem Film durch Wenn ihr den noch nicht gesehen habt Weil Da sind auch einige Spoiler Dabei Und Ja Geht auch hier nochmal So ein bisschen Auf die VHS Zeiten ein Für die alten Videotheken Zeiten Wo man dann quasi So ein bisschen Ja Diese Ja Diese Diese Sich von den Covern hat Blenden lassen Von den geilen Covern Und dann einfach diese Filme ausgeliehen Dass die Direct-to-Video waren Hier wird nochmal So ein bisschen Die Killer Monster Da geht auch nochmal Ein bisschen auf diesen Ja Den Ja Diese Welle Der Der Mini Monster Der Ghoulies Der Gremlins Und so weiter ein Also Ja Hier auch steht da Superschöne Creature Effects Also sieht einfach Echt stark aus Wirklich Richtig Richtig geil gemacht Dann haben wir hier nochmal So ein bisschen Horror der 80er Jahre Geht dann nochmal So ein allgemeines Ja Rundumschlag Der Horrorfilme Der 80er Jahre Die quasi Diesen Film hier Beeinflusst haben Also wir sehen hier Evil Dead zum Beispiel Für den Dämonen Dawn of the Dead Für die Zombies Also was so Große Vertreter Des Genres waren Und Ja Die dann quasi Den Film So ein bisschen Geprägt haben Dann geht es nochmal Zum Ursprung Wie der Film Entstanden ist Wer das Wie wo Gemacht hat Und was die dabei Wo die sowas Gemacht haben Also die haben ja auch Vorher schon irgendwo Mitgemacht Teilweise auch bei Größeren Bekannteren Projekten Wie zum Beispiel Eine war irgendwie Ein Zombie Bei Dawn of the Dead Und hat einen Kuchen Ins Gesicht gekriegt Oder so Der andere wurde von George A. Romero Mit Wasser abgespritzt Ich habe keine Ahnung Auf jeden Fall Seht ihr hier wieder Geile Creature Effects Also das ist echt Richtig richtig geil gemacht Die Masken Wahnsinnig gut Und ja Da geht es hier nochmal So ein bisschen um Diese Twisted Soul Geschichte Wie das quasi Entstanden ist Beziehungsweise Wie es dann zu dem Bruch kam Und was dann davon Verwertet wurde Von dem Originalmaterial Und hier wieder Der gute Mike Als quasi Am Ende nochmal Ganz kurz Ja Chefredakteur Und Herausgeber Des Printmagazins Dead Ends So Am Ende haben wir nochmal Einmal so ein anderes Ich glaube das ist auch Ein Cover gewesen Bin mir gerade nicht Hundertprozentig sicher Ich habe es hier vorne Habe ich das gar nicht Auch geguckt Ja das ist ja das Tüch das Cover A Und ich glaube das war Cover B Bin mir aber nicht Hundertprozentig sicher Ja die Bild Und Tonbewertung Wir haben ja hier Einen relativ Low-Budgingen Direct-to-Video-Titel Der glaube ich Ein Budget von Ich glaube 250.000 US-Dollar Damals hatte Was damals auch schon Nicht so viel Geld war Für einen professionell Gedrehten Film Alles in allem Ist der Ton aber Wirklich gut dafür Wir haben zwar hier Nur eine Stereotonspur Aber das wäre Wahrscheinlich auch Nicht anders Zu erwarten gewesen Die macht aber auch Absolut Spaß Und ist nichts Daran auszusetzen Das Bild ist Muss ich sagen Doch ziemlich gut Für so einen alten Film Ist natürlich ein bisschen Ja Sagen wir mal so Suboptimal Für die Creature-Effekts Weil die sehen Natürlich dann Man erkennt Natürlich mehr Dass es Creature-Effekts sind Oder Selbstgemachte Handgemachte Effekte Wenn das Bild Umso besser ist Pornodarsteller Kennen das 4K Schade Ich slide mal wieder Direkt in die Bewertung rein Würde ich sagen Ja Spookies Wie schon am Eingang Erwähnt Ist quasi Eine Achterbahnfahrt Der Creature In Special Effects Also wir haben hier Wirklich alles drin Was es so gibt Dämonen Zombies Furzende Monster Die übrigens nur Als Scherz Reingemacht wurden Dieses Sound-Effekt Unter die Monster zu legen Aber der Produzent Fand das so lustig Er sagt Komm Lass drin Wie ihr seht das hier Habt das hier schon Auf dem Cover gesehen Hat hier auch schon Die Tüscheinsicht Mal kurz angeschnitten Das sind ja quasi Schon mal so Ein Ausschnitt Der ganzen Creature-Effekts Die dieser Film Hier gemacht hat Und das macht Wirklich Spaß Wir haben hier Eigentlich quasi Eine Logiklücke Nach der anderen Ich habe nicht verstanden Warum die Leute Irgendwas von dem Was sie getan haben Gemacht haben Aber auch vollkommen egal Der Film macht einfach Nur Spaß Weil er So viele coole Effekte hat Und die auch wirklich Cool umgesetzt sind Und kreativ gemacht Und man sieht es ja auch In den Extras Die Leute hatten wirklich Spaß beim Dreh Auch wenn es dann so ein bisschen Verwürfnisse gab Bei der Unterschiedlichen Filmschaffung quasi Aber ja alles in allem Muss ich sagen Das Media Book Absolut gelungen Gefällt mir richtig gut Und Also auch von den Extras Gesamtumfang Media Book Text Kann ich eigentlich Alles so empfehlen Und deswegen würde ich sagen Wenn ihr Bock Auf den Film habt Ach ja Bonus Film natürlich auch noch Nicht zu vergessen Schlagt zu Solange ihr noch Eins bekommt Weil wie gesagt Limitiert Und so weiter Ich glaube der Film hat Wirklich eine große Community Deswegen weiß ich nicht Wie viele es von diesen Dingern gibt Links sind wie unten In der Videobeschreibung Lasst uns gerne mal Darüber diskutieren Und ich würde sagen Dankeschön Fürs Einschalten Bis zum nächsten Mal Cheers